Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge A Way Out Und wir sind hier die Jonas Brothers Die Kriminellen Im Knast Ja die Kriminellen Jonas Brothers Und mit dabei ist natürlich wieder der Dr. Reflex Was geht Leute Ich bin auch wieder am Start Und jetzt wischen wir erstmal hier den Boden Ja Das ist meine Bestimmung So aber unser Ziel war Das sieht voll romantisch aus Ja ne Endlich machen wir was zusammen So ich werde jetzt nicht mehr wischen Schnauze voll Oh brechen So Brechen Meißel besorgen Brechen was das für ein brechen Ja brechen dann kannst du den Stiel kaputt machen Oh Oh nein das will ich nicht Okay doch ich mach's Ups Ups Jetzt am besten Zieh ich dem eins rüber Mit dem Oh ja Junge zieh dem eins drüber Jetzt rede ich mit dem Mit dem Stock in der Hand Ähm Ein Weg hier raus Ein Plattenspieler Ich mach mal einen Plattenspieler Ich will den Plattenspieler haben Ja man Wir waren ja dabei Jetzt den Was war das nochmal Was Irgendein Werkzeug liegt doch auf dem Dach Jetzt das müssen wir ja holen Was war das nochmal für ein Werkzeug Eine Pfeile Irgendeine Pfeile ne Genau sowas Okay er holt sich jetzt was Neues Oh Das war eine Chance Ich geh da rauf Warte wir beide müssen oder Oder Meistel Meistel war das Ach komm Komm und los Oh das voll Das voll süß Wie ich ja gesagt Die Jonas Brothers sind kriminell Warum krieg ich eigentlich immer nur die coolen Sachen und du So die langweiligen Ja das frag ich mich auch wahrscheinlich weil ich älter bin Scheiße ich muss hier gar nicht lang Stimmt Okay der ist unter mir das passt Der sieht nichts Okay und hoch Ich bin dann hier wieder am Schrubben Ja Wo ist denn jetzt Ah hier oben liegt Das ist ein Meister ja Keine Pfeile Okay jetzt haben wir den auf jeden Fall schon mal Okay können wir da später noch alles mitmachen Wenn wir dann unsere Waffen haben Warte wahrscheinlich muss ich den wieder ablenken gehen Ja Mach den wieder kaputt Kann ich das Warte wo ist denn der andere Siehst du den Ach der lehnt da Ach der lehnt da vorne Okay Ja dann kann ich noch nicht runterspringen Klopp den mal einen drüber Ne ach Ich kann nur mit dem reden Okay Hey Can I ask you something What's up Look Is it being a prison guard Almost like being a prison I mean you're in here All the time With us Are you being a smartass Oh ich glaub Trieds den mal Come on man I'm just trying to strike up Oh Zum Alei And who said I wanted one All right all right I'll leave you alone Ich glaub das ist so die Möglichkeit Da kommt der andere auch rüber Wenn du ein bisschen Krawall machst Weil so guckt der direkt Stimmt Stimmt Ich muss Ich muss Mit einem Ja mach das mal How do you keep from going crazy Think about my other job And what's that I'm a magician Why don't you houdini your ass out of here then Maybe 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 Okay 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 Hey man It looks like you missed the spot Yeah Seems like I have Thank you You're welcome I haven't seen you before First time working up Warum sind alle so nett Na Ja Hoffentlich zum letzten mal Ja It's my first And by God I hope it's the last Trust me I've tried every job in this Jordan And this is by far the best one The view And the smell Really Really Ja It's schon eigentlich ganz cool My personal Ich mein was gibt's sonst besseres im Knast Sich in den Naja Hey hey where are you going Just looking around Ich bin einfach in dem drin Das kann doch nicht sein Verdeck einfach mal sein Gesicht Oder geh nochmal nach hinten Vielleicht Pfeift dich wieder zurück Ach Gottchen Ich bin dämlich Pass auf Ach stimmt Du kannst ja einfach hier Was Manchmal hat Manchmal bleibt einfach irgendwie stehen Sondern geh ich jetzt hier hinten drauf Was gibt's denn hier Ich höre dir du bist der Typ Und ich weiß wie du Dinge hierher Welch Das ist alles was du willst Geil Alter Ähm Ah jetzt bin ich hier in dem Warte ich mach dir auf Nice Auch die Teamarbeit ist super Ja man das ist echt geil gemacht So ich kann hier hinten nichts mehr machen Naja okay dann komm ich jetzt einfach raus Ich will rein Ja Willst du es nicht irgendwo hinpacken Ja der hält das einfach in der Hand Das interessiert den nicht Egal Ja Ach guck mal da Die intelligente Lektüre Das hat ich irgendwie falsch angehört Ja 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 das hat sich wirklich nicht so gut angehört Irgendwie Ah guck mal hier Like Äh Jemand kommt Es kommt jemand Oh fuck 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 Abrechen Achtung 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 Ja Boah Voll geil man Ach ich bin im Ablenken Ja egal Lass ihn durch Lass ihn durch Ich warte einfach bis er durch ist Okay hier sind zwei also auf dem Gang Alles klar Boah das Spielen ist echt geil man Lass mich in Ruhe Ich kann nichts tun außer mich hier hinzulegen Also komm mach mach jetzt Okay Sag mir nicht was ich tun soll verdammte Scheiße Ach er kommt wieder zurück Oh Gott Nein nein der ging weiter Ne der ging wieder zurück Oh mein Gott Der hat dich gar nicht gesehen also komm komm geh wieder ran Ja ich bin drin So Nein du musst mit WASD Was Oh der kommt wieder Ja ich mach das letzte noch Ne ich mach ich wieder zu Ne ich mach ich wieder zu Ach So Boah Boah wie die Zeit da bei dem Spiel vergeht man das ist krass Ja das müssen wir live spielen Ja Ähm Haben sie ja ein Buch für mich Haben sie ja ein Buch für mich Okay dann kommt dann kommt der Wachmann Jetzt auf der anderen Seite Kommt dann auch gleich Go to bed in mate I'm not tired Bring me alone Haha Alter das ist voll frech Ja ne Okay Also jetzt kommt dann wahrscheinlich der wieder nach vorne Ja genau Aber ich denke du kannst es noch fertig machen Ja Ist draußen Boah das dauert echt lange Er kommt Und ich spare meine Taste ekel erwegend Er kommt Scheiße ich werd nicht aufhören Nein Okay Cool Drückt cool Oh Gott Der Der Nervenkitzel in diesem Spiel ist wirklich extrem hoch Der ist schon echt cool Alles ist so knapp Ja das Ah das Du bist so richtig in diesem Michael-Scoe-Feeling drin Ja Total geil Okay Okay Und weiter gehts Aber der geht mir nicht auf den Sack Nein der kommt gleich wieder zurück Ich wusste es Kleiner Wichser Okay So der geht wieder zurück Aber lass die das nicht hören Das Ding ist Wie kommt da eigentlich das Wasser Also neues Wasser durch Wie kann das denn Dein Geschäft abgespült werden Ich meine da gibt es gar nichts hinter der Toilette Stimmt Irgendwie Ist da nur so ne Platte und dann direkt hinter dahinter Ich Nein komm schon Nein 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 Schon wieder Komm mach das doch kurz fertig So ich hab's aber jetzt fertig Jetzt muss ich nur noch einmal raus Raus ziehen Alter Wenn der jetzt noch einmal was sagt ne Dann werde ich wütend Geh einfach weg Lehn dich dann nicht immer dran Dann gehst du einfach weg Dann ich glaube dann rede der nicht mit dir Ich geh zu schlafen Ich geh zu schlafen Ich geh nicht zu schlafen Stimmt Oh wahrscheinlich gibst du mir das Ding dann auch Und dann muss ich das genau gleiche machen Einfach umgekehrt Der kommt Oh Shit Oh mein Das war jetzt mein Fehler Ich hab nicht geschaut Egal egal Es ist ja noch gut gegangen Ja ja halt die Schnauze Ich muss jetzt noch mal dreht Ich muss das Gitter doch nur raustreten So Und Raus Ah ok ich geb dir jetzt das Werkzeug Und bin jetzt umgedreht Genau Guck mal Jetzt musst du Das ist voll geil Ja ich musste halten So, weißt du? Okay, fahr an. Ähm, ist alles... Alles frei. Okay, nee, 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 doch nicht zurück, 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 zurück. Ja, abbrechen. Cool. Und dann machst du einfach so. Alter, das war ja extrem knapp. Ich hab den gar nicht gesehen da. Weil das da hinten irgendwie so dunkel ist. Egal. Ein Glück ist nichts passiert. Okay, der kommt zurück. Also, ähm, jetzt würde ich mich konzentrieren auf der rechten Seite. Ja, ja. Alles klar, ich hab einen Blick. Der eine geht jetzt gerade zurück. Okay. Dass sich das so leicht trennen lässt. Ja, ne? Warte, guck mal auf die andere Seite. Da ist nur dieser Platz, okay. Ah, der kommt nicht. Ja, mach noch eins, mach noch eins. Dann lenke ich die noch ein bisschen ab. Mach das noch fertig einfach. Ich lenke die die Zeit ab. Oh Gott. Soll ich abbrechen? Ich brech ab. Ja, geh zurück, geh zurück. Hey, guard. What do you want? Nix. Ich so, hey, guard. Einfach nix. Alter, provozier mich nicht. Okay, der ist weg. Step. Kann ich weiter machen? Ja. So. Alter. Die Platte müsstest du noch hinkriegen, dann müsstest du gleich wieder unterbrechen. Okay, ich glaub, der kommt jetzt gleich. Aber du kannst noch. Warte, ich hör irgendwelche Schritte. Ja. Nicht schon, nicht schon wieder. Kannst, kannst noch ein bisschen machen, ich lenke die ab. Ey. Komm schon, wie kann ich dich denn ablenken? Kannst du den nicht ablenken? Jetzt. Rede mit dem. Okay, geh weg, geh weg, geh weg. Alter, der ist einfach weggegangen. So ein Wichs. Tschüss, der ist einfach weggegangen. Ich so, ja, verdienst du so? Der so, geh da weiter. Blödes Arschloch. Okay. Warte. Ja, mach einfach weiter. Jetzt geht's noch. Ja, guck mal. Aber, aber ist, war, ist, war ein Pearson Break nicht genau das gleiche? Ja. Hinter der Toilette? Ja, ja, genau. Hinter der Toilette. Nur hat er es jetzt feiner gemacht. Der hat nur eine Schraube rausgedreht. I'm done. Alright. Let's wait until the lights go up. Oh, geil. Ja, voll geil. Warum konnten wir das nicht machen, wenn die Lichter einfach dunkel waren? Ja, ne? Ich glaube, dann haben wir zu wenig Zeit. Bereit? Okay. Ja, okay. Und los geht's. Oh, warte, warte, warte. Ich guck. Ich brech nochmal ab. Geh du durch. Ich guck erstmal, ob die Wache noch kommen. Ich glaube, wir haben hier nachts alles leer. Ich glaube, wir haben alles bei uns. Ah, das ist disgusting. Komm, komm. Komm auch raus. Jetzt siehst du mich wahrscheinlich gleich. Hallo. Hallo. Ich wollte schon sagen. Das Ding geht da rein. So, okay. Hier, schnüffel mal. Riechst du? Riechst du? Ja. So gefällt mir das. Ja, ne? Steppen wir mal hier hoch. Was gibt's hier oben? Okay, hier sind wir jetzt bei den Toiletten, der, äh, das Gang ist, welcher über uns ist. So, wir dürfen die Orientierung am besten nicht verlieren. Was haben wir hier? Niks. Okay. Hier geht's nicht weiter. Ich hätte jetzt gedacht, wie ein Prison Break, Klimaanlage abstellen, warten auf Einschluss. Aber das wäre ja schon viel zu eilig. Warte mal, kann ich was mit dir machen? Was willst du denn machen? Ja, keine Ahnung. Kann ja sein, irgendwie. Ich werfe dich in den Rollator rein und dann bist du zermetzelt. Ach, warte, hier ist was. Ah, nice. Äh. Ja, komm. Brüderlich machen wir alles zusammen. Halten wir gar in Ruhe. Schlacken wir los nicht damit. Alter, ist genau... Versuchen wir es erstmal hier in der Türe. Sonst einfach da reinwerfen. Ja, genau. Ich muss tippen, Alter. Oh mein Gott. Okay, ich bin durch. Oh Gott. Jetzt musst du mir den Stock geben. Ähm. Oder ich halt, warte mal, oder ich finde hier was. Okay, das kann ich allein machen. Warte, ich such mal hier hinten. Warte, ich... Gibt es hinten auch noch ein Rohr? Ich glaube, wie... Na, warte mal. Ah, hier. Das müsste funktionieren. Ja, nice. Komm durch, jung. So. Und durch. Aber das ist so gut gemacht. Ja, Mann. Das ist echt geil. Aber das ist wirklich genauso wie ein Prison Break. Ja, Mann. Oder fast genauso. Das ist so gut. Ja, das ist so gut gemacht. Okay. Wir brauchen etwas zu kommen, um dort zu kommen. Ja, wir machen. Hold on. Over here. Ah, super. Ach, jetzt sind wir schon in dieser Szene. Hm, genau. Wir sind jetzt schon da. Nein, ist das super gemacht. Ja, ne? Was? Von der Idee? Für so einen Sprung ist das echt gut. Okay. Ähm, ich will da durch. Okay, was wenn ich einfach an die Tür gehe? Okay, also da an die Tür kann ich mich einfach drangehen. Was ist das? Hey, Mann. Ich könnte eine von diesen Karten da hinten. Uh, sicher. Name und Nummer, bitte. Vincent Moretti. 3465. Vincent, Vincent. Nein, hier ist kein Vincent. Entschuldigung. Du siehst, du bist ein schmolziger Typ. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich. Ich habe schon einen Wagen. Nice. Ich habe die Wäsche. Ich denke, du musst mich fahren, oder? Oder so, ja, genau. Auf jeden Fall kommt einer davon hier rein. Und dann wird er mit den Laken zugedeckt. Aber das ist wirklich, dass das keiner checkt dann? Ich überfahre dich. Ah, ne. Wir sammeln, glaube ich, alles jetzt ein. Hey, get your own card. Yeah, yeah, all right. Ah, wir brauchen jeweils einen Wagen. Okay, also nicht drin verstecken. Wir nehmen uns einfach noch einen. Oder auch nicht. Ne, ich denke nicht, äh. Vielleicht komme ich auf die andere Seite rein. Ich kann nicht rein. Die Leute sehen mich. Okay, komm, gehen wir zurück. Ich kann nicht rein. Okay. Geht immer noch nicht. Wir gehen da hinten. Ja, hier rein. Hast du eigentlich auch unten rechts dieses Empfang-Symbol? Ja. Was heißt das? Ich denke einfach, dass wir verbunden sind. Ja. Ja, ja, ja. Du läufst wie betrunken. Alter. Ähm. Wo kann ich jetzt? Nicht weiter schieben. Ah. Ah. Die Laken drüber. We need more sheets. Okay, we're all set. Cover yourself. Ah, genau. Ich kann mich ja jetzt... Bruh. Ah, das reicht schon? Das reicht schon. Hä? Aber du siehst gar nichts. Warte. Versteck dich mal. Jetzt schau ich mal rein. Siehst du? Ich seh dich immer noch. Hm. Warte, ich äh... Ich pack hier mal alles rein. Einfach so zur Sicherheit. Ja. Voll wie gekackt werden. Ja. Ich seh dich immer noch. Super. Warte, ich zeig mich jetzt mal. Ja, da gibt's wirklich nix, wa? Okay. Das war nix. Okay. Dann gib ich mir einfach nix hier raus. Leo, stay put in there. Also, äh... Wollen wir mal? Ja, ich halte das einfach vor mein Gesicht. Das ist idiotensicher, dieser Plan. Ja, genau. Besonders mit so einem alter umhergehenden Typen. Guck mal, wie du leust. Wie so ein getrunkener. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay. Let's see what we have here. Alright. Looks good. Das war's? Das. War's. Okay. Time to get rid of that card now. Oh. Warum färbt sich mein... ...anzug rot? Was are you doing? Get the hell back to work. So sei nicht so frech. Okay. Ich fahre gerade. Ich glaub, in besagten Raum. In besagten Raum. Woher? Die Leute da. Was? Sie sind nicht kämpfen. Stopp fliegen und geh'n zurück zu arbeiten. Das ist richtig schlecht. Wow, 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 wow. Das wollte ich gar nicht. Warum nehm' ich mir denn jetzt den Laden? Ähm. Oh ja? Ich darf mir doch gar nicht sagen. Es ist, äh, broken. Ich weiß nicht. Du musst hier weiter reinwischen. Das sieht nicht broken. Stopp fliegen. Get back to work. Das sieht nicht broken. Ähm. Ah Gott. Was? Man sieht doch einer Maschine nicht an, ob sie kaputt ist oder nicht. Äh. Warte, ich könnte. Pass auf, pass auf. Pass auf, pass auf. Nein. Ich bin hier an der Türe. Ich seh' dich. Hi. Du mit deiner riesigen Nase. Ja, Mann. Oder kann ich mit... Ablegen. Kann ich mit jemandem anfangen zu kämpfen oder so? Warte. Ja, es ist, weil ich ein freier Mann diese Woche bin. Das ist großartig. Es ist. Ah, mit Vincents Hilfe komm ich da rauf. Äh. Also, die kannst du wie jederzeit den Laken rausnehmen. Oh, den muss ich provozieren. Und lass mir sagen, es war nicht schön. Hey. Hey, Mann. Habt ihr Scheiße über meine Mutter? Ich gebe keine Scheiße über deine scheiße Mutter. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Du bist gerade weg. Jetzt kann ich ihm sagen, dass wir im Kämpfen sind. Was ist das? Warte, Leute. Stopp. Enough. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, warte. Oh Gott. Jawohl. Warte, ich nehme mir gerade mal so einen Laken. Ah, ich nehme auch eins. Mach. Wo müssen wir die hinbringen? Hier vorne ist ein Schalter, aber hier sagt... Ah, okay. Hier müssen wir zwei Schalter drücken. Ach. Ach. Tschüss. Voll krass. Alter, das ist so... Alter, das ist... Alter, das ist... Das ist echt geil. ...so gut durchdacht. Ja, Mann. Da merkt man aber auch, dass Liebe mit dem Spiel... Ja. ...ist. Weißt du? Das ist... Das ist echt geil gemacht. Weißt du ganz genau. Warte, ich gebe noch eins. Oder nicht. Müssen wir nur... Müssen wir uns wieder unters Volk mischen. Ja. Wie auch immer das gehen soll. Oder wahrscheinlich werden wir direkt in die nächste Szene befördert. Oder so. Oder so. Wäre aber auch langsam wieder Zeit für ein Folgenpolicy, Mensch. Ja, Alter. Schon wieder 30 Minuten... Also über 30 Minuten, Alter. Oh krass, Mann. Wie ist denn sowas möglich? Ich habe das Gefühl, wir haben erst gerade begonnen. Ja, Mann. Alright. So, und ich würde sagen, wir müssen wieder ein Folgenpolicy machen, Mensch. Ja. Und dann werden wir in der nächsten Folge einfach erleben, was passiert, wenn wir da jetzt runtergehen, was wird uns erwarten. Ich weiß es nicht. Und dann würde ich sagen, Leute... Hast du noch was zu sagen? Ich habe nichts was zu sagen. Ich auch nicht Leute. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Haut rein. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao! M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.